Endlich mal ein Film, der nach etwas Brauchbarem benannt ist. Ja, das Gehirn, das ist übrigens das Teil des Körpers, den wahrscheinlich am Sonntag, dem 29. September 2019, mindestens 20% der österreichischen Bevölkerung nicht eingeschaltet hat oder gar nicht besitzt oder gar nicht verwenden kann. Ich weiß es nicht, aber ich wäre auf jeden Fall dafür, dass irgendwann einmal tatsächlich etwas davon nach unten regnet. Und wenn es tatsächlich nur Mediabooks von dem Film sind, die nach unten regnen und der ein oder andere vielleicht davon so ein bisschen ausgenockt wird. Weil man sagt ja, starke Schläge auf den Kopf könnten das Denkvermögen so ausschalten. Naja, lassen wir das. Wir sehen auf jeden Fall hier das deutsche Blu-Ray-Media-Book zu dem Film. Das Gehirn. Und das ist ein Filmtitel, wo ich mir zuerst... Also ganz ehrlich, bevor wir uns um dieses Frontcover kümmern, das ist ja tatsächlich diese Hirnregenwolke, die ich mir vorher vorgestellt habe. Oder dieser wettermäßige Super-GAU. Und das wäre aber wirklich was, wo ich sage, okay, passt, wir fahren jetzt mit unserem SUV-Diesel zum Nachbarn, der 20 Meter weiter wohnt. Weil wenn es da rausregnet, ach so, dann würde ich erst erfahren, dass es absolut bescheuert ist, das getan zu haben. Und ich mir auf den Kopf greifen müsste und mir denken müsste, ha, 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 ha. Ich hätte nicht so viele Hass-Postings gegenüber ein armes 16-jähriges Mädchen machen sollen, die eigentlich nur Gutes will. Anyways, ähm, jetzt einmal ganz fernab von Leuten, die nur Gutes wollen. Wir merken bei dem Mediabook-Designer, dass man hier offensichtlich nicht mit einer wahnsinnig hochwertigen Vorlage arbeiten hat können. Man sieht vor allem eben bei den Häusern und bei dem Auto hier unten schon eine sehr, sehr grobe Struktur. Die erinnert zwar zu einem gewissen Grad an eine Leinwandstruktur, hat allerdings auch ein paar leichte Anfälle von Kompressionsspuren und von ein paar ungemütlicheren Nebeneffekten. Es ist definitiv kein hässliches Cover. Es ist eines, das man sich aus der Ferne sehr, sehr gut anschauen kann und das jetzt keine wahnsinnig störenden Nebeneffekte bietet. Es ist halt eines, das bei sehr naher Betrachtung sehr wohl die ein oder andere Schwäche offenbart. Zum Beispiel dieser große Uncut-Hinweis, auf den ich gut und gerne verzichtet hätte. Wir bekommen übrigens ein Mediabook, das ebenfalls wieder diesen Ledereffekt hat. Auf dem Backcover geht's dann allerdings schon richtig los. Wir sehen einen Screenshot, der diesen Film absolut perfekt beschreibt. Filmtipps.at mit einem der natürlich aufgelegtesten und besten Karlauer zu dem Film. Ja, es ist ein Trash-Bass mit viel Hirn. Und wenn ich mir wirklich diese Screenshots hier anschaue, dann weiß ich, Bass, das ist ein Film, den ich definitiv gesehen haben muss. Das könnte ein Film absolut nach meinem Geschmack sein, wo ich mich jetzt schon freue, einmal nach innen blicken zu können. Wir haben natürlich die DVD, wir haben die Blu-Ray mit jeweils demselben Motiv. Wir haben dann auch noch dasselbe Motiv mit dem englischen Originaltitel. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Als Booklet-Cover und ein durchgehendes Artwork, offensichtlich von dem hungrigen Gehirn. Ist das geil. Und da scheinbar so ein bisschen der Größenvergleich, wie groß dieses Hirn im Fall ist. Das ist ja wirklich absolut phänomenal. Und ich hoffe, dass uns jetzt in diesem Booklet noch der ein oder andere Screenshot aus dem Film erwartet, weil da möchte ich so schnell wie möglich, so viel wie möglich sehen. Ein bisschen sind diese Booklets hier von den Daredo-Releases, ich meine, dieses ist scheinbar nur im Vertrieb von Daredo. Hier hat es grundsätzlich das Label M-Square. Bei dem von Dick und Doof ist außer Daredo... Ein White Pearl Classics war das bei Dick und Doof. Haben trotzdem offensichtlich dasselbe Booklet-Design. Hier so ein kleines bisschen die Anfälle von einem OFDB-Eintrag. So ist das Gehirn aus dem Jahr 1988, so wie interessanterweise auch meines. Ich kann ja fast nichts sagen außer, what the hell am I looking at? Aber YouTube wird sich definitiv freuen über dieses Video. Das ist unpackbar. Und ihn kenne ich. Das ist unfreaking fasslich. Ich freue mich riesig auf den Film. Ich hoffe, dass ich, wenn ich ihn gesehen habe, euch ein Film-Review dazu auch noch liefern kann, weil das ist definitiv ein Gewinn für jede Sammlung. Und ich hoffe, dass mich der Film nach dem, was ich mir jetzt erwarte, von ihm dann nicht enttäuscht. Und ich hoffe, dass ich ihn nicht enttäusche.